Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play. Rayman Legends, ganz genau, im letzten Part haben wir gesehen, dass der Schwierigkeitsgrad anzieht. Oh Gott. Also, lasst uns weitermachen mit Feuer, oder? Schauen wir mal, was hier ist. Hallihallo. Okay, das ging ja schnell. Genau, Schlag. Faust. Ne, nicht Maum. Was? Was? Ich habe nicht gerade, habe ich gesagt, gar nicht gesehen. Oh mein Gott, Hilfe. Nein. Help me. Was wird das? Was wird das? Wird das ein Bosskampf? Tatsächlich. Okay. Zeig mal, was du kannst. Herr, Herr Dragon. Ah, ich weiß. Gut, wir fangen ja wieder hier an. Ich habe das Herz gar nicht eingesammelt. Schlaukopf. Was passiert da hinten eigentlich? Was passiert da hinten eigentlich? Okay. Soll ich nicht so erreichen? Ja, wie soll ich das denn machen, wenn der mir Feuer ins Gesicht taucht? Alles klar. Alles klar, wir können so ein bisschen in der Luft bleiben damit. Ein bisschen jedenfalls. Wir dürfen halt nicht einmal getroffen werden jetzt. Ich weiß, jetzt könnte ich mich auch schon treffen. Alles klar. Lass mal wahr. So. Ist besser. Hast du schon genug? Nein. Dann lass uns weitermachen. Bus. Neun. In Gottes Willen. Hilfe. Gib den her. Gib den her. Gib den her. Gib den her. Danke, den haben wir. Gib den her. Da ist ein Herz. Okay. Ja. Wir haben ihn. Hast du immer noch nicht genug? Okay. Und auf geht's. Alles klar, wir fangen wieder hier an, wo er losliegt. Ich hab mich schon gefragt, wo stoppen wir? Was hab ich denn jetzt getan? Ach so. Oh. Ich wusste nicht mehr, dass das so fällt. Was haben wir denn jetzt für eine Plattform erhascht? Geht immer weg. Warte. Warte. Hilfe. Das war nicht so gemeint. Jetzt. Du bist ein gloriger Lieber. Hilfe. Er ist dann dauernd auf das Springplattform. Komm. Das Springplattform. Gutes Deutsch. Okay. Während er sein Feuer Ding macht, können wir ihm anscheinend gar nichts anhaben. Jedenfalls sieht das so aus. Also müssen wir ausweichen. Diese Plattform macht mir Angst. Ich hoffe mal nicht, dass sie fallen kann. Was wird das? Was wird das denn? Willst du das mal sein? Ich hab's gesehen. Was wird das denn? So. So. Schmeckt das. Das ist ein durchstückes Feuer. Aber jetzt gesetzt! Den hätten wir! Da guckste! Habe ich das richtig gesehen? Okay! Er ist in den Po des Drachen gelandet. Perfekt! Also jedenfalls vom Sternbild. Juhu! So zur Genialitätsstufe. Hurra! Perfekt! Den nächsten Löffel schaffen wir auch noch! Castle Rock! Oh ja! Ja! Das ist schön! Ich bin nur ruhig! Oh shit! Los geht's! Ich bin nur ruhig! Ich bin nur ruhig! Ich bin nur ruhig! Ich bin nur ruhig! Mach den beschlepp! Ochro! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ein weiteres Kuscheltier. So, ein weiteres. Und ein Sammler noch. Ein Gemälde. Sehr schön. Gut, dann zu die Zauberkröte. Die nächste Welt. Hurra. So, und da wir erst fünf Minuten haben, legen wir los mit Rayman und die Bohne. Danke. Was? Ist das nicht anders? Hurra. Auf geht's. Nein. Ich dachte, das könnte etwas sein. Okay. Das ist besagte Bohnenranke gewesen. Ich hätte ja nicht wirklich was versteckt. Aber ich habe da tatsächlich auch... so. Das war ja trotzdem nicht mitgenommen. Okay. Ist klar. Aber wie? So. Hier auch noch eine Ressource. Ist klar. Genau. Das haben wir ja schon gesehen. Ist klar. Perfekt. Sehr schön. Der Level. Boah. Der Level ist wieder entspannter. Das hat man auch bei den Totenköpfen gesehen, dass die wieder abgenommen haben. Bei diesem Level. Und das war mir gerade so klar, dass das so sein muss. Warte mal. Ich könnte hier weiter. Was wäre denn hier? Alles klar. Hier ist eigentlich nichts. Okay. Na, nicht, dass wir noch irgendwas Wichtiges überspringen. Wie zum Beispiel die. Ist klar. Gietig. Soll die Kröten sein. Gietig. Gietig. Soll die Kröten sein. Gietig. Oh Gott. Ah. Es hat was gebracht. Was mit das? Mit das Fußball? Bim. Fail. Krieg ich nochmal? Danke. Fail. Geschafft. Schön. Gietig. 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 Schööö. Hat was. Wuuuh. Wuuuh. Ohla. Take... this. Ich bin auch hier. Oh. Hier noch. Oh. Mhm. Ich bin mir... Mh. Ich glaube, das Secret ist eher das hier. So ist es! N I I alles klar dann sehe ich den letzten dann haben wir das auch okay so viel ich weiß dann gucken wir mal rein sehr gut alles klar aber im nächsten part geht es dann weiter mit dem nächsten level also auf keinen fall verpassen daumen hoch wenn es gefallen hat und meine kommentare bis zum nächsten mal bis dahin